Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu dem zweiten Tag, zum dritten Tag, zu dem vierten Tag, zu Tag 5, zum sechsten Tag, zu Tag 7, zu Tag 8, zu Tag 9, zu Tag 10, zu Tag 11, zur Halbzeit, denn wir sind bei Tag 12, zu Tag 13, zu Tag 14, zu Tag 11, oder Türchen 15, das sechzehnte Türchen, zu Tag 17, zu Tag 18, zu Tag 19, zu Tag 20, zu Tag 21, zu Tag 22, zu Tag 23, zu Tag 24, meines Minecraft Adventskalender Projektes, also diese Stelle hier ist richtig schwer, deswegen würde ich mal sagen, versuche ich hier jetzt, äh, bei dieser Stelle weiterzukommen, ja, wenn ich das geschafft habe, oh shit, nein, haha, Oh, das gibt's ja gar nicht, oh, es ist ein schwerer Tag, aber so, das Gefühl ist einfach richtig geil, das Weihnachtsgefühl, alter, dieser Shader ist einfach so hell, da weiß ich jetzt gar nicht, wo der Block aufhört, ah, hier hört er auf, gut, So, also um 500. Mal bin ich jetzt hier in diesem Fleck, und, das gibt's ja gar nicht, so, hier sind wir wieder, und, ja, nein, Dann fühlt sich einfach cool, boah, yeah, jetzt war ich gerade in der Kirche, Mann, in der Beste, so in etwa fühlt sich das an, da kann man ja drüber, aber kann man auch wieder zurück, ist die Frage, oh, scheiße, das sieht jetzt richtig schlecht aus für mich, ähm, schaut mal kurz weg, uh, plötzlich bin ich hier, wie ist das denn jetzt gegangen, oh, komisch, ja, hocken wir dann zusammen, im Haus, Natürlich im Haus, nicht jetzt draußen im Garten Hä? Kökateen? Achso, das war in meinem Inventar, stimmt Ich spiele auch zum ersten Mal diese Mein Gott, oh, shit Ich lade alle Outtakes, glaube ich, mal auf meinem Zeugkanal hoch, vielleicht muss ich sogar vorspulen, dass das Video nicht zu lang wird Also nix gegen Minecraft PG5, aber, naja, doch, schon gegen Minecraft PG5, ey Warte mal Bin ich falsch Ähm, ja, so Sachen, ne Ganz random Sachen Ganz normale Dinge Oder die beliebtesten Wünsche sind immer Handys, oder Ja, Handys sind eigentlich die beliebtesten Weil es gibt ja eigentlich voll viele coole Pflanzen, zum Beispiel, ähm, ne fette Ananas Also dieses Mal sammeln sie halt Geld für Ebola Weil ich glaube, dieses Jahr gab es schon so die ersten Weihnachtssachen so im April Liebe Franz, ich habe eine Taktik, passt auf Zack, und ich bin da, yes, endlich Okay, jetzt auf die Falltür, das wird schwer Oh, geschafft Ja, wadis denn Was ist das für ein Parcours, Freunde? Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann Weiß ich auch nicht Okay Ist schon strange, irgendwie Oh Was? Ja, Minecraft PG, die haben ja auch die Map gemacht, also, ja, wieso bedanke ich mich überhaupt Ich habe es eigentlich nur aus dem Grund G-g-g-g-g-g Wollte ich nochmal schnell sagen Und Ey, das gibt es ja nicht, ne Top Die Wette Die Wette, die Wette, die Wette Gilt Ach du Kacke Jawohl, geschafft Ist eigentlich auch kein Unterschied zwischen normalen Äpfeln Und Steaks Jawohl, na gut Ich weiß nicht, was ich anderes sagen soll, als jawohl Es ist immer das beste Gefühl bei diesem Adventskalender durch diese Tür zu gehen Oh mein Gott, ist das geil Was ist denn mit der Tür los? Äh, der kam auf jeden Fall mal an Weihnachten, also, würde es doch auch ein Weihnachtsfilm sein Zum Beispiel, wie habt ihr gerade gesehen, dass man diesen Sprung nicht schaffen kann, deswegen gehe ich jetzt in den Creative Modus und fliege hier rüber Äh, ich habe da nicht mal durch die Tür geschaut, vielleicht wären da ja Diamanten gewesen oder irgendwas, aber Juckt mich anscheinend nicht Es gibt dieses Jahr keine weiße Weihnacht, sagt der Wettebericht Ich bin der Beste, Freunde Aber das wisst ihr natürlich schon alle Jawohl Ist das nicht geil Und hier gibt es Lebkuchen Ja Wahnsinn Besser geht es ja gar nicht Ha, geil 600 600 Reine Minecraft-Videos, die ich schon hochgeladen habe Ich werde jetzt auf jeden Fall nie, nie mehr zu mir der Kraft gehen Ähm Oh, alter Das war Das war schon cool, ne, der Jump Ne, jetzt muss ich echt mal neu anfangen Ne, muss ich nicht Ich kann nicht einfach drüber Ha Ist ja schlecht Kann man ja schon von Anfang an cheaten Skills, meine Freunde Das sind Skills Die ganzen Zahlen, die ich in diesen 24 Videos jetzt Hey Ist das mein Ernst? Also ich habe jetzt in diesen 24 Videos, in jedem Video, eine Zahl für Bitte Ich glaube es ist gerade nicht, ne So, reiß dich zusammen, Michi Okay Jetzt haben wir es Perfekt So, ich habe diesen Ne So, Freunde Jetzt bin ich auch schon wieder hier Und jetzt bin ich wieder weg Und endlich haben wir diese Scheiße geschafft, alter Das war ein Scheiß-Parcours, aber ohne Witz Und das war kein Kinderschlecken So, Freunde Das ist wieder 100% Pure Minecraft Und das war jetzt das Beste aus meinem Adventskleiner 2014 Es war ein krasses Projekt War echt richtig cool eigentlich auch Jeden Tag 15 Uhr ein Video Also, ja, war schon mal ein geiles Experiment Und, ja, das hat jetzt ungefähr fast vier Stunden gedauert Das Zand zu schneiden Also ich hoffe, ihr könnt mir eine positive Bewertung da lassen Wenn sie gefallen hat Und gerne auch das Video favorisieren Und auch mit all euren bekannten Teilen Mit eurer Katze Mit eurer Oma Mit eurer Mutter Mit eurem Vater Mit eurer Schwester Mit eurem Bruder Mit allen, die ihr kennt Ähm, und ja Das würde mich echt freuen Und ansonsten noch Dankeschön an Minecraft PG Kleines Geschenk An die, die mir ein Best-Of machen Ja, mal gucken Ob sich da was machen lässt Wäre auf jeden Fall richtig nice Also, das würde mir mein Herz eröffnen Ich bin jetzt auch schon wieder raus Ich gehe jetzt Schneebiller auf fremde Häuser werfen Und das war's Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal